An Werf-Wurf-Sachen. Dann würde ich sagen... Gehen wir jetzt weiter, wa? Ich glaube von hier war es auch gar nicht so weit. Oh, hast du zufällig... Rohrbombe? Ja, ich schmeiße. Das lohnt sich hier ganz nice, glaube ich. Ja man, richtig gut. Übers Dach. Jawoll. Folgt Papa. Papa Coast. Hier kann man, glaube ich, auch übers Dach rüber so nice. Oh, wer ist denn da wieder alleine, Mann? Das ist typisch Bock, ey. Mal zusammenbleiben bei so'n Scheiß. Lass mal hier. Ich geh hier hin, guck mal. Dann hier hoch. Du hast ja auch noch zur Not irgendwas, ne? Boomer Galle. Okay. Und Medikit. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder runter hier. Ich glaube, wir haben es auch gleich schon, ne? Ja. Pack mal, welches Medikit brauchst du? Da sollen wir ein Bot heilen. Ich würd sagen... Oh, wir gehen hier erstmal rein und... Ballern, was das Zeug hält. So, wer muss... Alice müssen wir heilen. Auf jeden Fall. Wo immer der auch sich runter... Oh shit, das war gut gemacht vom Spiel. Geh weg, ja. Und du bist Alice da hinten alleine. Der war doch direkt hinter uns. Nick war derjenige, der unten gelaufen ist. Boah, das ist immer so. Okay. Wo müssen wir hin? Hier rechts rum, hinterm Zaun, meine ich. Cool. Komm, wir heilen unsere Bot, Homies. Ja, ja. Gute Idee. Boah, ich werd gepackt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah. Boah, da fällt mir dann... Das ist... Man verliert 10 Leben pro Dings, ey. Okay, wo ist man hin? Also, ich heile mal Nick eben. Boah, alle sind geheilt. Okay. Es tut mir im Herzen weh, aber... Da muss ich mich ja heilen, weil ich bin dann am Meilen. Ich selber, ja. Es tut mir im Herzen weh. Okay, was weiter? Ich mein zumindest hier sind wir richtig. Ich glaube auch, aber... Schauen wir mal. Wo schießt man die Computer wieder hin? Boah, nee, hier ist nicht so nice. Müsst du? Ja, ich hätte dir. Ach so. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir hin müssen. Na klar, das ist verwirrt. Lass mal hier hin, guck mal. Ähm... Oder da hin? Ja, das ist egal. Lass mal da hin. Ich hab echt keine Ahnung. Wir müssen einfach nur über diesen Zaun hier irgendwie mal kommen. Das sieht doch richtig aus hier. Zumindest der Sturm hat aufgehört. Doch, das ist richtig hier. Da vorne. Naja, ich hab immer noch abbekommen die Scheiße. Ich dachte ich kill die noch. Lass mal hier. Ähm... Aufs Dach vielleicht. Waren wir hier durchs Haus gekommen oder so? Ähm, er hat... Ja, ich hab keine Ahnung. Boah, ich kann ja wieder Licht anmachen. da muss ich von unten jetzt laufen egal ich laufe von hier mit nachladen kommen weiter also ich denke das scheint hier richtig sein weil es geht hier immer weiter man kann das nicht kaputt machen sind wir ja da sind wir wieder bei dem safe room wir sind zurückgelaufen man ja ach du scheiße dann lass mal hier jetzt entlang laufen wir sind so richtige mongos oh man wo ist denn dieser weg ich dachte schon so schnell safe aber hier glaube ich ist richtig wir sind einfach hier nach rechts abgebogen wir hätten aber glaube ich hierher müssen einfach der straße folgen durchs haus mal lass mal durchs haus hier kommen auch zombies boah hier hinter dir hast du kein zombies bei dir gerade ich werd hier gerade die ganze zeit penetriert von allen hier helfe 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 help me boah diese bots sind die richtig dumm ey oh wow ich bin grad hier bad luck andy ich hab ja boomer abbekommen oh ich komme mal galle boomer galle schmeiß mal shit man du bist hier gerade richtig skafft bei mir oh nein die witch vorsicht leute die aufgeschreckt aber da kommen die lauf weg oh sie ist neben mir sie hat mich helfe sie ist tot okay das war gerade die skafft also wir waren hier richtig hier glaube ich ja hier sind wir auch wieder bei diesem garagenverkauf ach so hier so flohmarktmäßig also wir müssen hier jetzt ja ja the american way so jetzt ich bin jetzt ganz sicher wir müssen jetzt hier lang und dann da gleich irgendwo links ok oh guck mal da kommt schon ja das ist natürlich verwirrend weil das wasser hier schon so hoch ist ne vielleicht wird das effekt oh wir haben auch gar kein medikit dabei ne ich sterbe gleich nämlich ich habe jetzt diesen durchsichtigen lebensbalken der langsam runter geht ach scheiße boah hier ist aber auch nix so komm ich muss euch jetzt noch so lange hier helfen solange ich noch aufleben bin dann lass du dich äh bisschen rushy rush machen du bist aber verdammt schnell dafür dass du halb tot bist das kann ich gar nicht reinholen lass mich dann vor vielleicht vielleicht ist ja drin irgendwas also ich wollte mal hier gucken ob ich ein medikit irgendwo mit ein bisschen glück finde ergattern kannst ja der spielplatz das ist nicht mehr weit ja hier ist der spielplatz ja der spielplatz fast geschafft komm schon wahrscheinlich müssen wir uns doch gleich noch verteidigen ein hunter wo ist der hunter wo ist der ja pass auf pass auf pass auf schutzraum nice oh hier ist charger wow er hat mich ich liege ich liege ich liege ja ich komme ach die baut kommen schon da ist der schutzraum machen wir uns eben fit für den letzten part gleich ja boah ich habe nur noch ein leben ich hoffe ich sterbe jetzt nicht komm 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 rein aber ich glaube den einen leben behält man aber noch das wäre ja krass wenn man dann so sterben würde ne flucht aus der stadt ok jetzt kommt das letzte dings kapitel hey das ist doch ein riesen dreck mhm taschenlampe an das nehme ich mal boah los wir sind gleich beim boot ein signal womit das erleuchtete bürgertank schild würde Virgil sicher sehen das könnte klappen oh ja gibt es ja keine medikits sonst sorry ich habe eins genommen gerade sonst heile ich dich dann gleich ich gucke gerade ob hier noch irgendwo im haus ist ich bin mich auch gerade ein bisschen am umgucken aber sieht nicht so aus hast du mal in die toilette reingepackt ne hahaha nein spaß ok das ist jetzt der letzte abschnitt quasi mhm okay ich bin vorbei es kommen direkt Lade nach so ein rohrbombe wäre jetzt ganz geil ich habe eine hast du eine cool aber ich warte halt bis das bisschen krasser wird ja nee alles cool jetzt noch nicht schmeißen das war nicht so gemeint ich glaube hier schmeißen ja hier kannst du glaube ich meinen ersten balken oder batzen ja ob das so gut war keine ahnung aber immerhin schalten sie den bürgertankschild ein das gefühl die bürgertankschild das manchmal oh ja jetzt hier ja das sind drei medics beziehungsweise ja immer noch da finde ich ja noch ich gehe hoch und mach das an die bot die bot sollen auch nehmen und dann geht es gleich bestimmt hier wieder los erst verteidigen sollen wir unten verteidigen oder oben ich weiß nicht wie man hochkommt ach da die leiter und mich kommt hoch dann okay ich bin runter gekommen scheiße ich komme hoch das war eine gute idee was ich gerade gemacht habe ich bin so langsam ich bin so dumm komm schon wieso zwei meter brauche ich 100 jahre wollten das auch um es ist glaube ich ganz gut ja ich habe mich leider getroffen klettern schon ganz gut hier auch der bäume sind katana und was genau ist jetzt hier so hell und auffällig dass acht das bürgerschild okay dann ein hilfe wo bist du auf fach ist ich komme hier ist ein tank oh shit man hat er nicht befreien nix ja ja pass auf tank ist bei dir ich sehe nix hinter dir ich weiß gar nicht wo ich bin ich sehe gar nix hier ist alles gut solle hoch helfen mir schon ich hab den tag der schwede munition jetzt geht doch raus jockey ist auch mit dem tod bestimmt hat sich hier ist ein charger noch der ich habe den fliegen von dir untergeballert aber ja ich komme jetzt zu dir ich habe immer so glück manchmal alter war zum beispiel muss rohrbombe erst mal dann endlich ruhe haben vor den kackern stehe ich schon ich halte mich aber eben hoch die bautdeckung und wenn das zumindest heilen können die marken fahrt die bautdeckung kurz so potz ich stelle ich mal hinter einen so okay ich schon wieder medik ich jetzt noch eine bombe ja ich nehme da ist noch eine ich gehe mal hier rein wo war eine ja da wo du eine gesehen hat dass da lag noch ein okay ich gehe es trotzdem ich heile mal den nick okay tank kommt okay okay das geht mach jetzt nicht ein 1 versus 1 gegen den ich kenne den boy niemals am besten ist der hinten ist da ich habe gerade gesehen der ist auf dem dach jetzt der ist jetzt über uns auf dem dach glaube ich zumindest okay ich guck mal ja der ist hier oben oh boy der kommt jetzt runter hier bei der leiter okay ich bin bei der leiter ich komme ich komme boy der hilft ja hoch ich kämpfe gegen den tank dann so lange ja okay tank kommt auf mich scheiße okay der ist tot oh ne scheiß also ich gebe dem alles mal mein schmerzmittel wie lange müssen wir denn hier noch was halten frage jetzt wo zorn und der hat zum boot und glaube ich da hinten kommt das boot oder was auch immer da kommt ja ja da ist ein tank auch wieder ich habe denken nein ich meine rohbombe und wir müssen ruhe haben und rein das boot und der tank ist auch im boot fuck ey der ist tot komm 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 reift komm ich jetzt kommt hier nice uh ich bin grad noch so da weggekommen crazy crazy man alter schwede wir haben es geschafft herrungstraft freigeschalt wellenbrecher hab ich das noch nicht gehabt oder was na anscheinend ja nicht boy hard rain aber diesmal alle überlebt Kampagnenzeit, 54 Minuten haben wir jetzt insgesamt dafür gebraucht, oder wie? Mhm